Englischkurse, Englischtraining mit Lerngarantie. Ist das möglich? Und wenn ja, warum und wie? Zeigt dieses Video. Hallo, mein Name ist Harald Schneider von OK Englischtraining. Englischkurse mit Lerngarantie gibt es seit einer Generation. Berufstätige sprechen nach einem Englischtraining sicherer und spontaner Englisch als vor dem Training. Aber Englischtraining mit Lerngarantie? Kann das seriös sein? Hunderte mir bekannte Berufstätige wunderten sich. Warum spreche ich nach sechs bis neun Jahren Schulenglisch plus hakelig, unsicher Englisch? Sie glauben, ich bin alleine mit diesem Problem. Auf meine Frage, haben Sie denn in der Schule Englisch gesprochen? Kommt die erstaunte Antwort, nein, überwiegend Englischtexte gelesen, übersetzt, geschrieben, gelernt. Sprechen? Nein. Wieso erwartet das jemand von sich? Flüssig, sicher Englisch sprechen? Weil er in der Schule wöchentlich zwei bis drei kurze englische Sätze sprach? Wird jemand Fußballprofi, weil er zweimal pro Woche ziellos gegen einen Ball tritt? Wie soll sich mit wenigen gesprochenen Schulenglisch-Sätzen Routine aufbauen? Und das für anspruchsvolle berufliche Gespräche, am Telefon, im Meeting. Wie viele Minuten Sprechtrainingszeit bleibt im Durchschnittsenglischkurs für einen von euch? Leicht auszurechnen, wenn ihr 90 Minuten Trainingszeit durch 20, 12 oder 8 Personen teilt. Ihr könnt vieles. Warum? Alles, was ihr oft und regelmäßig tut, könnt ihr. Das traurige Gegenteil kennt ihr auch. Wer etwas selten und kurz trainiert, steht auf der Bremse, bleibt Beckenrandtaucher in diesem Bereich. Ein einfaches Naturgesetz. Der Englisch-Strategie-Tipp Genau so ist es mit der Fähigkeit, sicher und spontan Englisch zu sprechen. Spricht ein geistig gesunder Mensch täglich mehrere Stunden Englisch, an mehreren Tagen, entwickelt er automatisch Sprechroutine. Erfolge machen Spaß und motivieren zum mehr. Die Spirale nach oben dreht sich dynamisch. Gewinnt ihr Sprechpraxis, ist Sprecherfolg garantiert. Die Garantie der Sprachschule, dadurch naturgegeben risikolos, nachweisbar seriös. Nutzt die Angebote von Sprachschulen, die konsequent 100% Sprechpraxis mit nur zwei bis drei anderen Berufstätigen in einer Gruppe trainieren. Diese bieten euch guten Gewissens die Englisch-Sprechgarantie. Verzweifler der schönen Worte, auch schriftlich. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Hat es dir gefallen, freue ich mich über einen Daumen hoch. Oder abonniere gleich jetzt, wenn du die nächste Trainingstrategie für clevere Berufstätige nicht verpassen willst. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017